Ich habe dir ja schon öfter diese genialen Seitenschläfer-Antifaltenkissen vorgestellt, wo du im Vergleich zu normalen Kissen einfach ein faltenfreies Gesicht behältst, auch wenn du seitlich liegst. Und ich wollte jetzt einfach nur ganz kurz sagen, dass du bis zum 14. Mai einen besonderen Rabatt bekommst. Und pssst! Dieses Kissen kann übrigens auch ein schönes Muttertagsgeschenk sein, wenn sich deine Mama sowieso für Antifaltenthemen interessiert. Oder vielleicht magst du dich auch? Selber beschenken und den Rabatt jetzt nutzen. Den Rabattcode findest du in der Beschreibung.